Herzlich willkommen in der Ausstellung Aufbruch hier in der Prinzhausgallery. Wir laden Sie herzlich dazu ein, hier auch die Arbeiten von Florian W. Müller zu betrachten. Zu seinen Markenzeichen gehört sicherlich auch, so wie auch hier in der Arbeit Rem zu sehen, dass seine oftmals sehr alltäglichen Motive dann ins Surreal hineinkarten. In einigen Arbeiten sehen wir auch, wie Florian W. Müller regelrecht die Realität zerlegt und das fast schon wie die Kubisten im 20. Jahrhundert. Diese Einzelteile werden in einem Puzzle zu einer neuen Wahrnehmung zu einem neuen Ganzen zusammensetzt.